Hallöchen! Ja, 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 jetzt unterbricht mich nicht. Hallöchen, da bin ich wieder. Ich habe die Einstellung jetzt mal ein bisschen verändert. Ich hoffe, der Stream läuft jetzt vernünftig. Meine Freundin guckt nebenbei zum Glück auch nochmal nach, ob das jetzt läuft. Sollte dem jetzt nicht so sein, dann schraube ich noch ein bisschen an die Einstellung. Aber ich wollte euch jetzt nicht zu lange warten lassen. Deswegen habe ich mal eben den Stream wieder gestartet. Für die lieben Zuschauer, die noch geblieben sind. So, ich trinke auch nochmal ganz schnell kurz was. Meine Freundin schaut derweil nach. So, müssen wir natürlich aber erst in ein Spiel reingehen, um das auch wirklich zu überprüfen, sag ich mal. So, von daher würde ich vorschlagen, dass wir jetzt einfach ein Spiel starten. Du hast dich ausgequatscht? Ja, ja, ich habe mich ausgequatscht. Gut, waffenfrei, wir spielen nochmal Noob Town. Ja, schon wieder? Ja, dann nicht, dann halt eine andere Karte. Ja, bitte, ich brauche auch mal ein bisschen Abwechslung. Spiel mal Carrier. Ja, okidok. Alle waffen frei. Achso, Controller sollte ich vielleicht zur Hand nehmen. Ne, ne. Mach es mir doch mal einfacher. Ich hatte irgendwie die Maus in der Hand und dachte, alles gut. Und ich hatte was halt in der Hand, ne. Und dann dachte ich, okay. Ich habe gar nicht gedacht. Ich war also unterbewusst halt. Ja, das Denken der Gedanken ist ein gedankenloses Denken. Man weiß es ja, ne. Und in der Tat ist die Tat des Innersten in der Tat, ne. Richtig. So, ich schaue mal nebenbei. Ich bin jetzt im Spiel drinnen. Ja, dann fangen wir mal an. Ich laufe mal ein bisschen rum. Also bei meiner Freundin läuft es gerade Buffer und Lag frei. Ob ich das richtig sehe. Mh. Oh, verdammte Hacke. Also langsam werde ich aber auch ehrgeiziger hier, weil ich mittlerweile mich relativ gut eingespielt habe. Das stimmt. Leider. Kannst ja nicht ewig den Vorteil haben, dass du schon ein bisschen mehr Erfahrung damit hast. Ne. Doch. Nein, nein. Doch, doch, doch. Nein, nein, nein. Und ich habe da jetzt auch so ein bisschen, muss ich sagen, doch, muss ich zugeben, Feuer gefangen, was das Spiel angeht. Und daher werde ich das eventuell auch noch privat ein bisschen weiterspielen. Also nicht wundern, wenn mein Level auf einmal höher ist. Ach, was soll mich da wundern. Ach, verdammt. Nein, nicht du. Ich rede mit den lieben Zuschauern. Wie? Die Map ist übrigens doch gar nicht so gut für meine Waffenwahl gerade. Warum musste der Sack jetzt klettern? Oh, da ist ein Feind. Dann klettern wir erstmal richtig hoch. Alter, wo steckst du? Aus dem Walde. Nix aus dem Walde. Ich bin auf dem Schiff. Auf dem Tanker? Der ist kein Tanker. Das ist ein Flugzeugträger. Ja, was auch immer. Hast du doch vorhin auf mich geschossen gehabt. Ja, ja. Kannst du doch nicht so weit weg sein. Nee, nee. Ich meine, jetzt mittlerweile schon wieder, aber... Ach, leck mich doch. Du bist... Die moderne Art des Fangenspiel. Boah, ich muss mehr reden. Irgendwie konzentriere ich mich gerade nur auf dich. Und das ist irgendwie im Stream ziemlich doof. Ach, das darf doch nicht sein, ey. Das war ja vorzusehen. Das war jetzt keine Kunst. Doch, eigentlich schon, weil ich... Naja, egal. Hat Gründe. Gründe? Ja, ich dachte, äh, äh, äh... Nein, ich wusste... Ich wusste ja, dass du um die Ecke kommst. Verstehst du? Ich wusste es ja. Ich hab ne ganz beschissene Waffenauswahl für diese Map. Ne ganz beschissene. Ja, nimm doch ne andere. Nee, ich hab keine anderen vorbereitet. Ja, das ist dann eher gar nicht. Ja, ich muss das mal offscreen machen. So ein paar Waffensets vorbereiten. Bisschen rumtesten. Auch das, ja. Die ganze Zeit im Stream dann, äh... Das machen, das ist dann auch doof. Wenn ich jetzt Zuschauer habe, gerade eben, dann berichtet mir doch bitte lieberweise, ob es buffert und laggt oder nicht. Bei meiner Freundin lief es gerade flüssig. Auch im Spiel, sprich hier in den Matches. Kann aber natürlich sein, dass das bei euch dann ein bisschen anders ist. Wo steckt er denn jetzt? Bei meiner Freundin läuft es immer noch flüssig. Danke, Schatz. Brauchst du nicht weiter offen lassen. Das darf doch nicht wahr sein. Doch, das muss... Doch, nein, das frustert mich gerade. Das frustert mich extrem. Oh, 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 oh. Ging mir vorhin ähnlich. Der Sack. Der Sack. Ja, Wut aber auch mal Zeit hier. Das hat ihr auch gegönnt. Ich kenne mich mit den ganzen Waffen ja auch noch nie aus. Ich auch nicht. Das ist jetzt quasi meine Call of Duty Premiere hier. Ich werde das mal offscreen noch ein bisschen ausgiebiger antesten alles. Und dann wird das ja auch ganz anders laufen, mein Freund. Ganz anders. Ja, ja, ja. Ganz anders. Ja, 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 ja. Krieg ich ja noch den Sack. Dann gibt es hier 20 Nullrunden und so. Für mich. Ja, ja. Finde ich gut. 20 Null für mich? Okay. Ja, 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 im Sinne von anders und so. Andersrum. So. Nein! Warum siehst du mich? Ja, weil ich immer alle Ecken noch checke. Da bin ich auf Risiko gegangen. Zu meinem Nachteil. Ich wurde nicht mit der Schrotflinte schön von nahem in einem Schuss und so. Was? Damit du nicht zurückschießen kannst. Er hätte es auch direkt messern können. Offensichtlich ja nicht. Ja, Versuch wäre der gleiche gewesen. Eben. So. So. Wo steckt der Sack? Ich hab dich gesehen. Kann gar nicht sein. Da ungefähr bist du. Oder gar da? Ach, verdammt. Ach, wie süß. Ach, wie süß. Joa. Jetzt hat mich aber auch der Ehrgeiz. Ach du. Liegst auch mit 5 Punkten in Führung. Ja, das dürfen aber auch nicht weniger Punkte werden. Ich sehe anders. Ja, du. Stille. So unsterblich. Ist ja nicht möglich. Alter, wo bist du immer? Alter, Heckenschütze, du. Drecklich, ne? Weißt du, geh mal in die Richtung, wo... Nein, stirb! Nein! Doch! Scheiße, und da hab ich noch richtig dreckig gezielt, hab ich da. Trotzdem noch erledigt. Ich kann mir die Panik sehr gut vorstellen. Ja, auf nahe Distanz hast du eindeutig die bessere Waffe. Ja, ja, deswegen ja. Ich sag ja, das ist ja alles freie Fläche. Ich hab gerade eine echt beschissene Waffenwahl dafür genommen. Die Zeit ist fast um. Ja, die Zeit ist fast um. Hör auf mich zu nerven. Stress mich nicht. Ich gewinne ja eh nicht mehr. Ach ja, das könnte durchaus sein. Beide mal hab ich dich gehittet. Ja, hat nicht gereicht. Na, immer noch ein bisschen aufgeholt zumindest. Natürlich wurde das Missionsziel erfüllt. So.